wie sie jetzt ganz verkratzt ist sogar das ding und das griffstück ist auch schon verkratzt wo warst du da der bitteren zocker das neu habe ich schon jagd mit hinter mir sicher einschießen hallo wo wo sind wir und wohin gehen wir dann gucken wir mal auf die karte ich kann gerade mein links nicht denn in das fernglas erst mal runter sieht so doof aus ich hab doch kein fernglas in der hand doch habe ich nicht mehr doch du hast das fernglas in der hand das stieß so noch durch ich sehe das doch ich sehe mich selbst mit fernglas ich bin pfeifenkopf also gut da habe ich jetzt nicht so jetzt mit da gehen wir lang das können wir machen das gut so ein vorschlag von mir ja wenn wir das hinter uns haben dann haben wir geschafft ich denke jawohl 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 machen wir erst mal ein pinchen zack attacke aus allem da soll ich peter sagen der geißen peter graße oder direkt würde man sagen direkt ja wir sind ja gelände gängig also differenzial eingeschaltet und und handbremse gelöst das ist ganz wichtig und wie war die arbeit wenn rbg 2 nicht war ganz gut immer noch die verzeiht für das neue lahm ist ja auch 14 wochen das kann ja alter werden wenn die liefer ist aber ganz gut so weiblich da wo wir hin wohnen passt so 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 da oben ich musste so lachen wie ich den zweiten teil von platze gesichert wie die zusammenschießen wollten und sein bruder zuerst was war das denn jetzt so ja das war ja genauso wie ich das mal bei dir hatte ich habe ja auch mal so das kann passieren wenn du die finger auf der maus drauf liegen also ich habe auch eine ziemlich empfindlich der maus und der auch mal den druckpunkt überschreitet das kann schon mal schnell passieren doch der jahr weiß ich auch nicht ja das kann vorkommen das kann vorkommen reinbar auf dem hügel stehen ich denke mal ne das kann vorkommen ja das kann aus ich ruf noch mal von hier wo das war ein halbchen die haben ja zeit jetzt ein böckling gewesen wäre der kommt mit wehnen und schweif auf uns zu so in der art so in der art gut dann renn mir eine halbe stunde lang die ganzen rieböcke hinter dir ja da muss dann lauf du aber voraus und ich laufe dann 20 meter hinter dir mit den parkarbeiten im anschlag dann kannst du ja erlösen und so heftig wird du bist dann denkt hätte sie nicht dann löse es steht auf der straße nicht ganz oder schon drüber drüber weg ich habe zwar noch nicht gesehen aber aber ich sehe sie schon 65 meter die trottet gemäß vor sich hin kein bock in der nähe vom rehe kriegen wir sicher noch genug zu packen ein bisschen kann ich noch so er geht nicht wo ist das junge glück wo noch weiter hoch 37 meter ach jetzt hätte ich ja schon mal irgendwie bei bürttemberg schon gehen wir hin 30 komm mädel wer zuerst ich bin guter gasgeber hau rein da sind am bus haben sie ja auch erinnert man muss sie erst vorspannen das hast du bestimmt auch ein platzes film gesehen habe ich jetzt noch kein für ab jetzt auch kein fall drin muss ich nur mal rechts drücken oder wie lade ich das ding damit erne mit er nicht nein rechte taste 17 meter oben im hals aber sie liegt schon oder hätte ich jetzt kann ich sagen genau jetzt muss das stimmt die armenbrust haben sie etwas geändert und muss ihnen vorspannen sonst stehst du für 20 meter vorm bild und muss das spannen ist realistisch aber sieht nicht danach aus das zeichnet doch in einem stück auf naja so egal du kannst alle 15 minuten kann es ja mal ein schnitt man zeigt da sagst du was haben wir denn solat ja ich habe endlich er warte bist du wieder rufst dann lass mich noch im schnell er warte ich gehe wieder auf stein ich gehe wieder auf stein ich habe der urinspray reicht ja noch mal rufen rufen wirklich mal hat es auch von hier rufen können ich glaube das urin spiel dominierten ich weiß nicht dass man neue opfer neuer streiten du stehst obwohl wir mal hier ja schon wie erwartet den galopp ja 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 da kommen zwei an hallo ja entschuldigung ich bin gerade am suchen aber eine war schon wieder am flüchten so wie es aussieht oder da hat auch schon gerufen ne diesen wahren ruf der eine ist weg der eine galoppiert gerade weg der jogger straße sagt der andere gleich mit ja wieso warum weshalb du hast deutschland fahne oben drauf das ist das problem oh du hast sie nicht mehr warum sind die jetzt geflüchtet wird mich jetzt mal interessieren so aber schweden ausgeschrieben waren die überhaupt dabei schweden blau gelb was ist gar nicht vielleicht haben wir doch etwas hoch auf dem präsentiert teller gestanden aber die direkte hat uns doch auch nicht ja eben drum und wir haben uns ja alle eingedieselt jo würde ich mal sagen guck mich auch mal an